Hey! In der Zeit, meine Frau, du hast nicht gebetet! Wir müssen gar nicht so viel rein, wie du da rauskommst. Ohlala! Ja, die Tür! Ich habe den Rennen verkauft. Ich habe nicht gebetet, aber ich habe mein Servier. Haben die ihr Privatfestchen? Ich habe nichts verstanden. Ich habe den Rennen. Ich habe den Rennen. Ich habe den Rennen. Ich habe den Rennen. Ich habe den Rennen und ich habe den Rennen. Ich habe den Rennen. Das ist schon Hammer, ey. Es sind lauter Erwachsene da rausgekommen. Keine Häschen in der Grube. Ein bisschen viel Salz hat mir was für euch wieder erfreut. Das war vor 10 Jahren. Das war vor 10 Jahren. Das war ein bisschen der Einer. Das ist ein Brückermeister. Wahrscheinlich trinkt er nicht mehr. Das ist ein neues Prinzip, wie er schüttet der Brückermeister. Zu den Menschen befriedigen. Die denken, er hat was zu sagen. Nein! Ich trug das nicht mehr. Ich trug das nicht mehr. Ja. Das ist ganz schlecht. Rotation vom Brückermeister. Aber das wird nicht von der Bauch. Jeder macht es nicht mehr. Naja, fast jeder hier. Guck mal, ne? Wollte ich sagen, ob ich noch einen guten Brücker gemacht habe? Oh, 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 oh. Ja, dann trinken wir mal was. Morgens bei der Sitzung erst mal ein Rosé. So, also. So, also. Aufgelockert. Strahler-Burgemeister. Nein. Strahler-Burgemeister. Nein. Strahler-Burgemeister, ja. Strahler-Burgemeister. Das war früher im Kriegler. Tätig. Und jetzt sind sie Eisenbieger und was weiß ich was. Was weiß ich, was wir da rum machen. Das zeigen Sie als Fach, mal für Aggregulatur. Also für die Landwirtschaft. Ja. Das ist ja so alles drin. Da lügt wie ich. Ja, ich bin saufzeit verkehrt. Hast du die Kutsche gesehen? Ja. Da ist ein Preis draufgeschrieben mit der Kreide. 1100 Euro. Wenn die die bei uns verkaufen würdest, da würdest du aber mit Sicherheit einen Fünfer bezahlen müssen. Das ist ja fast in der Regel. Also 1100 Euro für diese Kutsche. Ja, ja, ja. Ich stehe traurig in der Seite. Ich helfe Kaffee da. Um was geht's? Um den Kutsche? Um den Kutsche? Um den Kutsche? Um den Kutsche? Um meinen Namen viel. He? Mein Name viel. Ich mache diese Kraft, die Kutsche sind 1100 Euro vor. Schießen wir kaufen. Wir können von Tausender bringen wir die an. Von Tausender. Und dann verkaufen die Kutsche für fünf. Und teilen das Geld. Genau. Ich bin froh. Über euch. Ich kann nicht mehr. Da vertäuschen wir uns. Was ist mit dem Kut? Ja, und möglich auch. Ja, und möglich auch. Also... Ich bin froh. 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 Hahahaha